Das ist ein Spar-Kling-Meteor. Es tut mir leid, aber ich muss Selbstmord begehen. Wieso? Trauere mir nicht nach, es tut mir so leid. Verdammt, es hat nicht geklappt. Normal. Okay, was los, Mars of the Universe? Unser Punkt durch alles wieder mehr als genial. Alter, ich bin hier ganz unten jetzt auf der Plattform. Wiesst du die Flammen? Ja. The Flames of Disaster. Hey. Oh, jetzt bin ich hier. Okay, wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier unten. Hier, du bist hier unten. Hier. Schau nach unten, da. Zu Zumbul. Jetzt bin ich hier unten. Ja, super. Morug. Nein. Morug. Nein. Ich schaff das mal. Folge dem nicht. Nein. Ich schaff das mal ein Messer, dann komm ich besser drauf. Hack mich ein, hack dich ein. Nein. Du musst dann mit Flammenwerfer kommen. Die Wand brennt. Toll. Hey. Da bist du ja. Nein. Guck mal nach vorne. Hm. Mit dir hilft. Was war das? Es ist ein Vogel. Ein Vogel. Mal als mal. Hey. Wo bist du? Ich bin ein bisschen da rein gekommen. Ich bin ein bisschen über dir. Das schaff ich. Rocket Jump Au Au WDR, ich bin wieder hier Moruck, nein Nein Wir sind in einem Level drin Jungen, wie lange sind wir jetzt von einem Level drin? Ich hab keine Ahnung Halbe Stunde Aua Kommwoll Was geht jetzt hier ab? Sie kann nämlich kaum noch in das Level ändern Ja, wir haben auch ewig nicht Persien gezackt Wir machen ja meistens nur die schönen Level Ja, Kontrale zum Beispiel Ja, Mann Das Loch Die Grube Au Ich hänge hier in der Ecke fest Bist du das? Es sind überall Blumen So Alles geht in Blumen auf Flower Power WTF Ich bin wieder am Anfang Bist du? Ach, da Da bist du Da bist du Warum geht dieser Scheiß Tür nicht auf? Ich stehe nicht selber abklapp Ich weiß es nicht Ha? WTF Moruck Guck wo ich bin Nicht mal lange Bauer Hier sind ja gar keine Monster drin Okay, Moment Werbe Unterbrechung So, so, so Hey, mir ist nichts passiert Ja, weil die Viecher alle auf mich gegangen sind Ich dachte, mit den 14 Leben werde ich nicht lange leben WTF Ich komm hier nicht mehr raus, Mann Umbringen können Oh Wo? Jetzt komm ich hier wieder raus Oder auch nicht Ähm Wo kommen die jetzt her? Ähh Die sind einfach so aufgetaucht irgendwie Der eine, der stand schon draußen Ja? Ja Ja Der hat auf dich gewartet Der hat auf dich gewartet WTF Black Ja Ich hab's gemerkt Oui He-Man Autsch Was mach ich da eigentlich Er nochmal Ich hab's gemerkt Okay Ist das hier Ich hab's gemerkt Ich hab's gemerkt Ich hab's gemerkt WTF Aua. Nein. Meins. Hä? Hä? Was? Alter! Ich bin gerade in... Weißt du, in diesem Raum, wo es so ganz hoch war? Ja. Da bin ich jetzt gerade. Ja. Ich bring mich endlich Oh mein Gott, da kommt einer hoch. Die kommen hoch. Verdammt. Ja, wie sind die jetzt da hochgekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich springe. WTF? WTF? Da bin ich wieder. Ah, nein! Nein! Was zum Teufel hast du gemacht, Mann? Hast du sie gesehen? Ich bin mitten drin, um es genau zu sagen. Dann wirst du es sehen, dann im Video, wie viel das sind. Sieht aus wie eine schwarze Reuke. Alter! Alter, was geht? Ähm, ich weiß es auch nicht. Wie alles hinterherkommt. Ah! Ich wieder runtergefallen bin. Ja, da hatte ich auch noch die Endlustrüstung. Oh, Mann. Ruhe jetzt hier. Jetzt oder rechts. Jetzt oder rechts. Ruhe, hab ich gesagt. Nein! Nein! Komm, wer hat so eine Kartoffeln? Böse Brülle. Kürbis oder was auch immer. Ich bin wieder oben. Ich würde auch hoch, Mann. Okay, hier oben willst du nichts sein, glaube ich. Ich komme auch niemals da hoch, ey. Boah. Was? Jetzt fange ich schon wieder hier an. Wie jetzt? Hey, will der mich verarschen? ist WTF ich bin da um jetzt zu lange gelaufen und bin dann unten wieder gespawnt Ah, ich laufe jetzt mal nach vorne wieder Wo ist jetzt die Ziescheibe? Die ist da hinten Turboloda Nö Du bist hier ein ganzer Monster, ja Ich hab den Turboloda eingesammelt Oh nein Ich will auch einen haben Oh, er ist alle Batterie leer Milf Milf Alter Die Ziescheibe So, die Tür geht auch nicht auf Sag jetzt nicht du bist da hinten Ja, bin ich Ich bin halt in alle vorbeigerannt Und jetzt bereich ich's Was man an den schönen Text da die ganze Zeit erkennen kann Ich bin halt sicher heute nie Du bereust dir hinterhergelaufen zu sein Wo bist du, Mann? Da wo die Kanonkugeln herkommen Versteck mich jetzt hier Nein Weg Aus dem Weg Hm Alter, wo ist die Tür? Oh, jetzt haben sie mich gesehen Ey, wo bist du? Da an der Ecke Mit der? Ja Wer war das? Ist die offen? Nein Alter Sie ist offen Geh rein Nein Ich war drinnen und bin gestorben Oh Gott Ah S Oh Ich bin drin, ich bin draußen, ich bin drin, ich bin draußen, ich bin fertig Ich sniper von hier drinnen einfach weiter Schießt da Komm, wir laufen zusammen durchs Ziel Warte, warte, warte Lauf Boah, 47 Minuten, nicht schlecht, du Ja, ging noch fix